Hier zeige ich euch eine klassische Mantel, die nicht versiegelt wird. Die Naturnagel Vorbereitung arbeite ich natürlich wie immer. Es gibt auch eigentlich mittlerweile mehrere separate Videos, die ihr euch anschauen könnt, wo ich den Naturnagel ganz explizit vorbereite. Ich habe jetzt hier den Nail Force One aufgetragen und jetzt wird die Schablone angesetzt. Das heißt, erstmal setze ich sie quasi trocken an, so dass ich sehen kann, wie ich einschneiden muss. Mein Modell hat ein besonders ausgeprägtes Hyponychium. Das bedeutet, dass ich natürlich die Rundung der Schablone dem Naturnagel anpassen muss und deswegen schneide ich den ersten Bogen schon mal weg. Dann schaue ich mir genau an, wie die Seiten von dem Naturnagel quasi mit der Schablone überein, also so in eins übergehen. Und jetzt möchte ich gerne Bananen schneiden. Also ich sage immer, dass das so sieht aus wie Bananen. Da wird rechts und links genau an der Stelle, wo die Schablone mit dem Falz, mit dem Nagelfalz abschließt, ein Schnitt mit einer leichten Neigung nach unten gemacht. Also ihr dürft den nicht zu quer machen und ihr dürft ihn vor allem nicht zu längst nach vorne schneiden. Dann habt ihr keine Möglichkeit mehr, die Schablone an den Seiten an den Flügeln wegzuknicken. So, dann öffne ich die Schablone und setze sie eigentlich ja nicht so ganz wie ein Stiletto an, aber auch nicht richtig, also auf gar keinen Fall wie ein Square, sondern etwas tiefer. Eigentlich ist das Ende der Schablone fast, ja, oder zwischen Wall und Seitenlinie. Wenn man jetzt so von der Seite schaut, dann kann man eigentlich sehen, die Seitenlinie und die gedachte Linie vom Nagelwall und genau dazwischen sollte das Ende sein. Also ich mag die klassischen Mandeln nicht, die genau auf Basislinie sind. Ich finde, die wirken immer extrem krallig. Das kann man bei einer Kundin machen, die sowieso sehr krallige Naturnägel hat. Da passt das mit der klassischen Mandel eigentlich super mit der Basislinie. Aber wenn ich jetzt eine neue Modellage mache und sowieso einen schönen Naturnagel habe, dann setze ich die Schablone immer ein bisschen höher. So, jetzt kann ich noch mal mit der Holzpfeile kontrollieren, ob ich genau gerade bin und dann beginne ich mit der Modellage. Ich habe jetzt hier, da ich ja mit dem Color Powder gleich ein Full Cover modelliere auf dem fertigen Nagel, kann ich unter der Farbe jetzt einen ganz normalen Strukturnagel arbeiten. Und ich habe hier das Gentle Pink wie immer genommen und das Sweet Pink. Es ist eigentlich egal, was ihr nehmt. Ihr könnt auch ein Clear oder ein normales Pink nehmen. Aber ich habe jetzt einfach das Sweet Pink genommen und einmal ins Gentle Pink getaucht. Wie gesagt, Color Powder bzw. Cover Powder sollten nie direkt auf den Naturnagel aufgetragen werden, weil die Farbpigmente immer ein bisschen mehr Haftungsschwierigkeiten haben als Basis Powder. Deswegen nehme ich immer ein Basis Powder drunter. Und dann wird das erste Bällchen gesetzt und ich arbeite das jetzt nicht wie eine Smile ein, sondern ich ziehe mir das Bällchen quasi direkt nach vorne über den Naturnagel auf die Verlängerung auf die Schablone. Arbeite schön oben die Rundung aus am Nagelwall und dann wird das zweite Bällchen gesetzt. Ihr könnt es revers absetzen, andersrum. Hier habe ich jetzt ganz normal mal von vorne angesetzt. Ziehe mir das so ein bisschen zu den Seiten hin, dann wird nach oben ausgestrichen, so dass ich keine Wellen reinbekomme und dann arbeite ich mir die Form. Die Struktur habe ich jetzt mit dem Liquid Fast gearbeitet. Das ist eigentlich mein ganz normales Studio Liquid, mit dem ich alle meine Modellagen arbeite. Und der Pinsel ist natürlich wie immer der Evolution. Ich hätte jetzt hier eigentlich auch den Passion nehmen können, weil für Strukturnägel ist der Passion auch super geeignet. Und da meine Devise ja ist, immer so zu modellieren, als wenn mir jemand verboten hätte zu feilen, modelliere ich so lange, bis das Material sich nicht mehr bewegt und immer so, dass ich auch wirklich eigentlich nicht mehr fallen müsste. Aber ich muss natürlich fallen, wie immer. Logisch. Jetzt kann man eigentlich ganz schön von der Seite sehen, ich habe eine gerade Basislinie, aber der Nagel geht vorne ein kleines bisschen nach oben. Das finde ich jetzt für die klassische Mandel immer schöner. Der hat dann so eine, nur vorne an der Spitze, so einen, so einen kleinen Hoops nach oben. Das finde ich eigentlich schön. Wenn noch was fehlt an der Seite, setze ich Produkt nach und immer sofort verstreichen. Wartet nicht bis ihr deine Treppe habt, sondern wirklich ausmodellieren, so dass das Material quasi in den Nagel übergeht. Jetzt schaue ich noch mal von vorne, habe ich alle Seiten richtig und wenn das Material gut angehärtet ist, dann pinche ich mit den Daumennägeln einmal ein bisschen vor. Dann nehme ich meine Stiletto-Zange, die ihr übrigens bei uns im Shop auch bekommt. Genauso wie alle anderen Produkte auch, die ich verwende. Löse von unten die Schablone und nehme sie ab. Falls sich übrigens jemand fragt, dieser kleine Finger, der da drunter ist, da habe ich auch ein separates Video zu gemacht. Das ist der Weihnachtsnagel. So, jetzt habe ich mal meine Pinch Sticks rausgeholt. Die haben wir bei uns im Shop auch. Diese Sticks sind super geeignet für Acrylnägel, um auf dem Stick, ich wollte euch hier das mal ganz genau zeigen, jetzt bei der Mandel muss ich ja einen besonders kleinen Stick nehmen, über diesen Stick quasi die Rolle des Tunnels zu formen. Und von der anderen Seite haben sie eine Diamantspitze und damit kann man von unten Produktreste wegfräsen oder wegfeilen. Und wenn ich die Spitze gedrückt habe, dann setze ich meine Pinch Klemmer. Jetzt ist der Nagel komplett ausgehärtet und beginne ich wie immer mit meiner Befeilung. Meine Falschschritte, Falschschritt 1, Seitenlinie auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Untere Seitenlinie, rechte Seite, linke Seite. Mein Modell zurechtrücken. Jetzt die Form pfeilen und achtet darauf, wenn ihr gerade bei einer Mandel passiert es schnell, dass man rechte und linke Seite ungleichmäßig pfeilt. Die Pfeile immer möglichst am Ende anfassen und dann mit Druck und weniger Druck spielen. Dann pfeile ich einmal mit der Holzpfeile Seitenlinie vor. Nachher nach dem richtigen Durchpfeilen benutze ich sie nochmal. So und vorfräsen mit dem Hartmetallfräser mit der glatten Stirnseite. Ich kann es eigentlich immer nur wiederholen, ganz ohne Druck und sehr wichtig mit dem kleinen Finger an der anderen Hand abstützen. Und eigentlich nur über die Oberfläche fliegen. Niemals Druck ausüben. Also die Kundin darf das weder spüren, noch darf man großartige Riefen oder so fette Fallspuren im Nagel sehen. Ganz leicht dürft ihr nur da rüber gehen. Der Fräser macht das von ganz allein. Und dann brauche ich eigentlich nur noch ein bisschen mit der Pfeile die restlichen Pfeilschritte durchgehen. Einmal Fallschritt 4, linke Seite. Fallschritt 4, rechte Seite. Fallschritt 5, oberer Rand, oberhalb des Apex. Es gibt auch ein separates Fallvideo, wo ich ganz ganz genau jeden Fallschritt erkläre, wie er funktioniert. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Würde ich mich freuen. 5 auf der rechten Seite. Und jetzt ist so ein Übergang zwischen 4 und 5 und dann 4, 6, 4. Also eigentlich will ich die 6 Pfeilen. Das ist exakt die Mitte vom Apex bis vorne zum Ende des Nagels. Und um da keine Zacken rein zu machen, sollte man immer so ein bisschen 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4. Halt so jetzt 6, 4, 6. Jetzt noch mal Abschlusspfeilen mit der Holzpfeile. Eventuelle Kanten wegmachen. Und die selben Fallschritte alle nochmal mit dem Buffer. Und immer dran denken, auch der Buffer kann feilen. Also schön vorsichtig. Nicht, dass ihr euch das, was ihr gerade schön gefeilt habt, wieder kaputt macht. Kräftig entstauben. Richtig kräftig. So und jetzt beginne ich mit meinem Design. Das heißt, ich beginne jetzt erstmal mit meiner Full Cover Farbe. Ich habe von den Colorpowdern Amazonas und Ateez genommen. Mit dem Ateez arbeite ich gleich die Blume und mit dem Amazonas die Oberfläche. Und wie ihr gerade gesehen habt, benutze ich das Liquid Superfast. Das ist möglichst schnell. Also das ist unser schnellstes Liquid. Und damit trage ich das Amazonas erstmal auf dem Nagelbett oben auf. Arbeite mir erst den Rand direkt am Nagelwall. Möglichst hoch und dann sofort runter lackieren. Also ihr müsst das Powder eigentlich relativ flüssig verarbeiten. Nicht so flüssig, dass es euch wegläuft. Sondern so. Also es ist schon ziemlich flüssig, würde ich jetzt sagen. Aber es darf halt nicht weglaufen. Und dann sofort verteilen. Wenn ihr das nicht sofort macht, dann habt ihr direkt Riefen drin. Also jetzt nochmal. Genau. Aufpassen. Auflegen. Tupfen. Nach oben. Und sofort ausstreichen. Und ein kleines Bällchen nur nehmen. Bloß nicht zu große Bällchen nehmen, dass ihr dann auf einmal so riesen Placken da oben drauf habt. Und wenn das gleich ausgetrocknet ist, beziehungsweise ausgehärtet ist, dann bekommt der Nagel so einen richtig tollen Mattschimmer. Und er fühlt sich auch richtig matt an. Es wird nichts mehr versiegelt. Es wird nichts mehr gebuffert. Er bleibt genau so wie er ist. Das muss man jetzt nicht auf allen Zehnfingern machen, aber so einen Highlightnagel. Den kann man richtig toll damit arbeiten. Wäre vielleicht was für Silvester. Jetzt ist es noch feucht, aber wenn es gleich getrocknet ist, dann ist es ganz matt. Und jetzt arbeite ich meine 3D Blümchen, weil die ein bisschen größer sind, auf der Trägerfolie der Schablone. Ich lege das Bällchen ab und ziehe mir das erstmal in die Form, die ich gerne hätte. Und bei 3D muss ich immer sehr viel Geduld haben. Ich habe jetzt schon das Superfast Liquid genommen. Das ist wesentlich schneller als das Fast, aber trotzdem muss ich immer Geduld haben. Den Pinsel immer zwischendurch wieder sauber machen, abwischen und die Form schon mal einarbeiten. Struktur in das Blatt bringen. Struktur in das Blatt bringen. Zwischendurch immer mal probieren mit dem feuchten Pinsel unter das Blatt und schauen, ob es sich schon abhebt. Also man muss wirklich sehr vorsichtig sein. Jetzt fängt es so langsam an sich zu lösen, wenn ich dann eine Ecke gefunden habe, dann gehe ich immer hin und her, bis das Blatt sich komplett von der Trägerfolie abgelöst hat. Erst wenn es sich komplett abnehmen lässt, ohne dass das Blatt kaputt geht, dann kann ich es abnehmen. Und dann sofort auf dem Nagel ablegen. Ich habe hier schon mal eins vorbereitet, dass das Video nicht so fürchterlich lange wird. Und jetzt wird das feuchte Material, also dieses noch feuchte Blatt, angedrückt. Jetzt habe ich jetzt einfach den Pinsel mal umgedreht mit der anderen Seite. Ihr könnt auch ein Brüsselholzstäbchen nehmen oder hier habe ich jetzt in der linken Hand die Messerseite vom Popwascher und andrücken. Denn solange das nämlich noch so feucht ist, kann ich das andrücken und dann bleibt es drauf. Und dann geht's. Und dann geht's. So ein Design ist natürlich nicht unbedingt etwas für den Alltag. Man muss aufpassen, dass man nicht an den Haaren hängen bleibt, aber es ist mal ein Highlight. Und wenn ihr den Unternagel bzw. den Strukturnagel schön sauber gearbeitet habt, dann werdet ihr auch keine Probleme mit Liftings oben haben. Wenn das Blatt sitzt, dann klebe ich noch Steinchen auf. Ich kann ja jetzt keinen Versiegler nehmen, sondern ich muss jetzt Kleber nehmen. Also ich habe ganz normalen Nagelkleber dafür genommen und dann mit der Pinzette hier. Das ist eine Splitterpixette, die kann man super dafür verwenden. Die Steine damit aufsetzen. Die Steine damit aufsetzen. Die Steine damit aufsetzen. Stein von hohen. So, und nun ist das Design fertig. Viel Spaß beim Nacharbeiten, ich freue mich schon aufs nächste Mal.